Guten Morgen liebe Leute, hier von unserem dritten Tag aus Zofino. Wie schon angekündigt, steht heute Surfen auf dem Tagesplan. Wie einige von euch vielleicht sicher schon wissen, zählt Surfen ja neben Skateboarden als einer der schwierigsten Bordsportarten überhaupt. Und da haben Erik und ich uns mal die Frage gestellt, ob denn normale Kenntnisse im Snowboarden, Wakeboarden, Windsurfen und so weiter, ob das alles reicht, um Surfen innerhalb von 6 Stunden zu lernen. Also Surfen innerhalb von 6 Stunden zu lernen, klingt das vielleicht ein bisschen sehr überheblich. Damit meinen wir nur, ob wir auf dem Board überhaupt stehen bleiben können und ein bisschen fahren können oder ob wir die ganze Zeit ins Wasser fallen. Also, ob es möglich ist, mit viel Bordsport-Erfahrung innerhalb von 6 Stunden Surfen zu lernen, das finden wir jetzt zusammen heraus. So, so ziemlich die einzige Möglichkeit, wie man hier in Tofino von A nach B kommen kann, ohne Fahrrad, ohne Fahrzeug. Oh, no way! Oh, no way! Oh, no way! Thank you so much! Oh! Oh! Okay! Also wir sind ja mega in den Oberschritt gelandet, wir haben jetzt kostenlosen Access zu Sauna, zu Hot Top, zu Wellnessbereich, allem, ja mega cool, jetzt noch die Neos ansehen und dann ab gehts, so, dann ab gehts, wuhuuu So, wir haben jetzt erstmal relativ große Surfritte bekommen, die wir jetzt hier sind Hier sind wir mit relativ viel Literanteil, relativ viel Volumen, damit es einfacher ist für uns Anfänger. Mal gucken, wie das Ganze klappt. So, also wir hatten jetzt beide schon so ein paar kleinere Versuche, aber das ist echt was anderes als Windsurfen, als Wakeboarden, als Snowboarden, um einiges wackeliger. So, wir sind jetzt ziemlich genau seit zwei Stunden draußen im Wasser und ich muss sagen, es ist schon ganz schön anstrengend, auch echt sehr, sehr schwierig. Also, das ist zurecht eine der schwersten Bordspurarten. Wir haben es beide geschafft, auf eine Welle draufzukommen und dann quasi so mit dem Weißwasser mitgespült zu werden, auch im Stehen. Was wir noch nicht geschafft haben, ist quer zur Welle zu fahren, was anscheinend auch sehr, sehr, sehr schwierig sein soll. Aber wir haben noch zwei weitere Stunden, was eben nicht weiter noch klappt. Es ist aber auch sau schwer, das Ganze zu filmen, also wenn die ganzen Videos kacke sind. Alter, ich finde es so ein Schreck. Oh, nein! 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 Ja, Surfen ist halt auch eine Geduldenssache. Manchmal hat man halt Phasen, wie wir eben, wo einfach keine Welle kommt. Aber es ist auch relativ entspannt, dann sitzt man hier einfach. Ja, sonst muss man halt Wellen machen. Juhu! Juhu! So, das war's mit unserem Surftritt nach Tofino. So, alles in allem kann man sagen, Surfen ist eine sehr, sehr geile, aber auch relativ schwierige Sportart. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Voraussetzungen wie Windsurfen, Snowboardfahren und so weiter sehr, sehr hilfreich sind, wenn man das erste Mal auf dem Board steht. Einfach weil das Gleichgewicht ein bisschen besser ist, weil man ein bisschen mehr Boardgefühl hat. Aber trotzdem innerhalb von einem Tag, man kann Spaß haben, aber man kann kein Surfen lernen. So, ja, das war es aber auch insgesamt mit unserem Tofino-Trip. Morgen geht es dann wieder zurück, das wird alles sehr langweilig, von daher beenden wir das heute, hier und jetzt. Tschau!